Es geht weiter in Terra Thurma. Zerstöre alles was du am sehen bist. Jedenfalls die Gegner davon. Auf geht's. Wir haben hier keine bekannten Gesichter dabei. Es ist hier super heiß. Klar ist eine Lava Gegend. Die Hauptkämpfe konzentrieren sich meistens hier im Zentrum, im Vulkankrad. Ich denke mal, dass wir uns auch gleich dorthin begeben werden. Na, los Leute. Schaltet auf bereit. Damit wir loslegen können. Und 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bereit oder nicht? Es geht los. Reaktor online. Sensoren online. Weapons online. Ich muss zugeben, ich bin besser in den Eroberungskarten, weil da die Gegner nicht alle konzentriert auf einen Haufen rumhocken. Okay. Ins Cockpit und demnächst besser hinterher. In. Schaballa. Schaballa hat ein kleines Sündchen dabei. Das sind irgendwelche Einwegdinger, die ich nicht viel abgewinnen kann. Na, Schaballa, kennst du den Weg? Ich hoffe jetzt einfach mal so hinterher. Das könnte euch warme Füße geben. Das gibt gerade warme Füße. Hoffen wir mal, dass er weiß, was er tut. Und mehr Erfahrung können als ich. Und so. Das wäre nämlich supi. Der ganz eilig. Mal kurz spinnen, was es hier so gibt. Da gibt's nix. Okay, gehen wir hier hoch. Jaaaa. Hä? Ist der runtergefallen? Nein, also. New Target acquired. Es geht kräftig weiter. Heat Level critical. Natürlich, es ist hier allgemein ziemlich warm. Was bedeutet, weg hier. Ähm. Warnig inkau시면 amisslern. O. so. Stimmt. Zielgeräte drin, da können sie nicht viel tun. Ich stehe ja wie auf dem präsentierteller. Imkauętel. Ich musste jetzt da hinten runter. Falls ich noch bis dort komme. Hey. Autsch. Haha, die Musik. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Match. Und zu warten. Weitere Stunde Abenteuer hier im Canyon Network, wo wir schon gefühlte 375,7 Milliarden Mal gewesen sind. Ich glaube, es gibt nur die 20 Karten und diejenigen, die am häufigsten ausgewählt werden, die vom Zufallsgenerator sind irgendwie doch die 5 Selben irgendwie. Naja, egal. Bereit. Schauen wir mal, was wir hier so machen können. Oh. Wir sind mit keiner vollen Lanze gestartet. Beziehungsweise sind wir nicht vollständig. Das ist insofern ärgerlich, dass wir natürlich jetzt in der Unterzahl sind. Was ich allgemein nicht so schön finde, sag ich mal. Weiß ja, wohin ich möchte. Die zweite Frage ist, äh, kommen unsere Freunde auch mit? Wer oder was ist, warum dort? Ein Jenner. Einmal hier so, nein, mal hier so, knapel, nein, keine Chance, ich muss hier unten bleiben. Oh, hallo. Schmeißt du mich einfach runter? Egal, ich bin jetzt ja der Überraschungskandidat. Der zu unserer allen Überraschung. Nicht den Berlampenberg hochkommt. Ach, jetzt geht's doch. Ach, ich hab Mini-Meg am Arsch. Oh. Betrachten wir nur einmal diesen Berg. Ich stehe hier oben, nicht gut. Sollte mal einen, wo ich einen kleinen Katalaten kauft. Ich bin voll weggefroht geworden. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal schon. Willkommen in der Wüste. Unsere Aufgabe ist es, 750 Ressourcen zu sammeln. In verschiedenen Punkten, die wir einnehmen müssen. Begeben wir uns doch einmal dorthin. Sobald alle bereit sind. Was gibt's so groß zu überlegen? Los, Leute. Wir haben zu tun. Ah, gleich geht's los. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, sieben. Los. Reaktor, online. Sensors, online. Weapons, online. All systems, nominal. Gut. Begeben wir uns also zu Epsilon. Ich hätte mich auf dem Weg dorthin wahrscheinlich... Das ist einer ganz eilig gehabt. Ein Spider. Er ist nicht mehr auf dem Motorrad. Kleine Macs machen die gute Taktik, um einen herumrennen und einen zu verarschen. Ja, hier haben wir wieder 97 Grad wahrscheinlich fahrenheit. Es ist hier einfach zu warm, Leute. Das geht mir schlecht. Ich muss... New Target acquired. New Target acquired. Heat Level critical. Hornet, Heat Level Missile. Left arm critical damage. Ah. Okay, im Moment konnte ich meine Freunde darauf aufmerksam machen, dass da oben was los ist. Das heißt, ich mich selbst zurückziehen werde. Und mich wieder an den Punkt stelle. Um hier aufzupassen. Es fehlt hier wirklich irgendwie Musik umspielen. New Target acquired. Gut, er scheint weggepustet zu sein. Es tauchen ja immer mehr feindliche Macs auf. Aber der Punkt Epsilon gehört uns. Ich denke mal, stapfe ich ja mal kurz mit hoch. Vielleicht kann ich ein bisschen helfen. Ist hier noch was los? Ist hier noch jemand? Nein. Hier wurde bereits aufgeräumt. Okay. Einmal hier herum. Und einmal da um diese Crystal laufen tun. Nun gucken wir mal, was wir dort hinten reißen können. Und wen. Schlaf gut. Arschloch. Gibt es in diesem Spiel eigentlich Fallschaden? Achten wir mal auf die Anzeige. Mein Macs bei 64%. Kein großer Fallschaden. Punkt Täter. Greifen wir diesen an. Und lassen zuerst die Dicken fugen. Hier macht das schon, dieser Toll. Oh, nun weiter. Einmal hier rumkraxeln. Oh. Feuer frei. So viel zu den Reparaturkosten meines Macs. Oh, Entfleet. Target acquired. Oh. New Target acquired. Oh, diese Rückenschmerzen. Okay, ich habe dreimal Hilfe geleistet beim Zerstören eines Macs. Ich habe geholfen, vier aufzufinden. Und ich habe 163 Schaden angerichtet. Betrachten wir uns nun, was unsere Mitschreiter anrichten. Oh. Scheint ein Sieg gewesen zu sein. Leider kann ich nicht an der Siegesfeier teilnehmen, weil ich leider auf den ADAC warten muss. Oh nein. Wir wurden besiegt. Schade eigentlich. Schade eigentlich.